Baby, I'm moving on Also bei der... Vielleicht interessiert es dich ja auch überhaupt nicht Also... Ich bin schon ein bisschen verwirrend Christian ist so ein richtiger Kamm-Slut Was Dungeons... Was? Okay Was Ani mit's angeht Der guckt alles! Ist ihm scheißegal Der guckt sich jeden Dungeon an von vorne bis hinten Halt doch die Schnauze Ob er nun feucht oder trocken ist Halt doch die Schnauze Ich würde sagen, der ist so ein richtiger Kamm-Slut Was Animes angeht, man Weil ich hab in dem Moment an Kamm-Dungeon gedacht Und deswegen dachte ich nur so, what the fuck So gesehen Oh, bist du der Terry-Migonal? Nix Nix? Nix Wer ist das dann? Sehr original Oh mein Gott Scheiße war das jetzt boosted Holy Shit Fuck war das jetzt boosted Holy Shit Einfach im Leben geboostet Ja Durch die Volksschule durchgeschossen Ach du Scheiße Weil das alles zusammen und mit Topgröße war Und ich konnte mir dazu absolut nicht reiben Und jetzt schon lese ich's nochmal In dem Kleinfenster Warte, war das keiner aus der Original heißen Holy Shit Das wär's grad peinlich Ich war einfach auf einer Party Und die war so todeslangweilig Bin ich direkt wieder gegangen War das eine Salami Party? Nein Salami Bei uns im Freibad war heute so eine Show Und danach so eine Aftershow Party Hä? Bei uns im Freibad Ja ich hab's so gehört Bei uns im Freibad war halt eine Veranstaltung Die haben eine Anlage aufgebaut Und haben dann mit Bock So Tricks auf dem Wasser gemacht Ich weiß was die gemacht haben Danach An ihre Stirn gestellt Und dann immer Ihr euch gegen anal gefistet Nein Deine Mutter hat mal geist So Und danach Halt mir mal Einmal war die Schnauze musste Du dummer Hunger So Danach war so eine Aftershow Party Und die war so todeslangweilig Ich meine Mutter beleidig Da waren einfach Da waren einfach 80% der Menschen Da waren mindestens 30 Jahre und älter Okay Okay Und die Jugendlichen in meinem Alter Die da waren So komplette Faggots Über die wir die permanent nur gelästert haben Das ist doch ne Würstchenparty Nein Philipp Nur weil du permanent Würstchenpartys bekommst Wo du Würstchen in den Arsch geschoben bekommst Mach eins als nicht Dass ich auf Würstchenpartys gehe Okay Das war keine Würstchenparty Das war ne scheiss Rentnerparty Mit 30 jährigen Holy Holy Das ist die Opfergabe Das ist Lemon Party Lemon Party Deine Mama ist der Lemon Party Hahahaha Hahahaha Shit gut Hahahaha Hahahaha Dem Zora Soak hat so ein Skill Cap Du hast den Verkoppel gefüllt Du musst zwei Kräfte drücken Nicht nur rechte Maustaste Hahahaha Ich komm gleich rüber Hahahaha 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 Hätte sich nichts mehr eingefallen Ich komm gleich rüber zu dir Bro Dann gibts ne Salami um Johann Hahahaha 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 Ich glaub damals hat genug Salami für heute Ich glaub damals hat genug Salami für heute Ich weiß noch nicht mehr wie ihr auf Salami Party gekommen seid Weißt du Ihr seid einfach Ihr seid einfach so geistig zurückgeblieben Ihr hört mir noch nicht mal zu Und denkt euch selber Inhalt dazu Weißt du Hahahaha So was So was nennt sich Fanfic So was freute Jetzt nein Minuten nochmal Hahahaha Hahahaha Jaaa Hahahaha Hahahaha Kaffee hab ich schon getrunken Mandarinen stehen bereit Duftkerze Is anzu und Hahahaha Haahaha Hahahaha Was Duftkerze Ja sicher Man muss ja eine gute Stimmung schaffen Hahahaha Hahahaha Okay, gleich kommt eine Lady online. Was? Was? Nein, nicht diese Lady! Vielleicht kommt eine Lady online. Das ist nicht mehr mit der Ankündigung. Der hat sich angekündigt. Du hast gerade gesagt, gleich kommt eine Lady online und dann kommst du in den Channel. Oh, Philipp, ey. Alter, Philipp. Du kommst genau zum richtigen Moment, du Lady. Ja, muss ich nicht verstehen, oder? Okay, die Rothaare gemacht mit dem reinen Typen rum. Super. Miko tanzt. Der hinten links in der Ecke, wo ausgebleicht ist, das könnte ich nach einem 2-Shot sein. Das Buch würde ich irgendwie lernen zu trauen, er trinnt hier eh kein Alkohol mehr. Der, wo singt und besoffen ist, das bist du. David ist unterm Tisch und macht gar nichts mehr. Er ist komplett weg. Ich wollte gerade auch sagen, der, der auf dem Tisch liegt, könnte Musti sein. Okay. Äh, und dann hinten im Eck, äh... Fuck, das könnte eigentlich nur Leon und Stine sein, okay. Leon und Lies, dann ist die, wo den Typen küsst, Stine. Und der, wo da rumhockt, irgendein random Typ, wo wir getroffen haben. Beim Feiern. So. Ja. Ähm, dann, auf dem dritten Bild, äh, du wirst von Stine am Abend, weil du bist der Miko. Keine Ahnung, ob das passt. Leon, Leon guckt fern, Leon guckt Fernsehen, äh, Musti schläft, David kotzt unterm Tisch. Und, äh, ne, David und ich singen zusammen und heulen auch das währenddessen. Wer liegt denn da unterm Tisch bitte, what the fuck? Keiner mehr. Ach, das ist David Kotzeimer, okay. Ja. Ähm. Und dann, du, auf dem vierten Bild hinten links in der Ecke, völlig am Arsch, kannst gar nicht mehr. Wahrscheinlich schon weggeratzt, Leon ist nur noch am Facepalm und klopft seinen Kopf auf den Tisch. Äh, what the fuck? Musti hat ne Lauchstange in seinem Arsch stecken. Ne, warte, das ist nicht Musti, das ist der random Typ. Musti liegt face first auf dem Tisch. Ähm. Stine sinkt so ne bekloppte, äh, David streckt den Arsch raus und ich lieg unterm Tisch mit den Beinen nach oben und bin tot. Oder so. Wie hat sie da, ja.